Das war der Fisch am Schweinchenleiter gefasst. Ja, ja, das war noch mal gut. Oh, ist wirklich stark aus. Parteien angefasst noch. Prima! Hast du fein gemacht. Dein Feinlieb. Jetzt bist du ganz nass. Prima! Wenn ich der Graureiher da war, habe ich später dann keine Fische. Telefon, Telefon. Die verstecken sich dann unten, ne? Die sind versteckt richtig, oder? Ach, hier herrlich. Ich gebe Decher ab. Wir haben nur keinen Teich. Wir haben keinen Teich. Das wird da noch mal zu viel, die leiten hier. Ein Krokodil, ne? Ein Entl. Ja, das krokodiert. Das ist gefährlich. Gefährlich. Das macht's ja gerne bei Spaziergängen. Wenn's länger gegangen ist, dann dreht sie sich einfach mal auf die Wiese. Das macht's ja gerne bei Spaziergängen. Meine Süße. Du hast immer nur so ein feines weiche Schnäuzel. Ein feines weiche Schnäuzel. Das macht's ja gerne bei Spaziergängen.